Bei mir fliegen über zwei Millionen Kilometer dran vorbei und könntest du jetzt bitte mal Verstärkung absetzen? Ich bräuchte die! Und du mein Streichspieler, warum bist du so scheiße? In Ordnung! Jawohl! In Ordnung! Hat er sie jetzt abgesetzt? Habe ich was bekommen? Ich weiß es nicht. Konstruktion! Fertig! Jawohl! In Ordnung, 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 jawohl! So, bitte noch eine. Gut, der kommt allerdings vorbei. Jawohl! Ich muss ja das machen, Alter. Ich muss jetzt mal die Ordnungsbasis suchen. Ich gehe zumindest an, dass sie diese Rakete mehrfach abschfeuern können. Aber die Basis ist nicht irgendwo da. Jawohl! 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 Ich habe irgendwas zerstört, ich weiß nicht was, aber... Können wir mal bitte die Menschen den scheiß Ansturm hier wegnehmen? Fabrik, Hightech-Fabrik, die muss weg, Windfalle. Ok, wir haben das alles schon wieder nachgebaut, mehr oder weniger. Musiker ihr hat mal wieder so gar nicht gehofft, was ich mache. So, noch einer. Da oben ist nix? Ne, da oben tut sich grad nix. Ernte er. Gut, ich hab keine Ahnung, wo der scheiß Bauding ist. Ich muss auf jeden Fall ne Basis mal ausschalten, das geht so nicht weiter. Du bist voll voll. Ja, du bist voll. Fahr nach Hause. Bei der Kon müsste ich jetzt sie zuerst ausschalten, weil... Hm. Auch definitiv jetzt mal mehr Panzer. Definitiv brauche ich mehr Panzer. In Ordnung. Jawohl. 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 Ja, dann muss ich dich wohl da unten einschicken. Also ich muss nicht, aber... Pausieren mal kurz. Ich brauch vielleicht noch ein bisschen Geld, um Dinge zu reparieren. Ich weiß auch nicht, wie ich draufkomme. Was ist denn mit der Windfall hier passiert? Wie hat die denn da so zugerichtet? Sag mal. Panzer taugen eh nix mehr. Fahr mal nach runter. Fahr mal nach runter. Fahr mal nach da unten und sag mal, wo die Hakon Basis genau ist. Da ist sie. Oh, ich bin mal rein. Da ist sie. jawohl jetzt kann ich noch hier ernten ernten ist noch da drüben eigentlich weg da mit euch freulich bin ich luftanhalten muss ich sagen das ist aber nicht nett wo du da rumfährst jawohl 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 ja geht so weiß nicht ob ich den bauen sollte als raconin jetzt gucken nicht dass er gleich wieder mal eine halbe basis in die luft fliegt mir geht das raus raus das gibt es doch nicht jawohl 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 du auch ah die schießen jetzt gleich das beiß kaputt jawohl ja verpiss nicht ich hätte aber auch geraten haben so hört ihr das da mal und bauen wir gleich noch ein jawohl jawohl die frage ist es natürlich wo nehme ich die luftausen für noch viel mehr panzer her also da ist schon noch ein zwei panzer aber ich will jetzt aber nicht sagen der ist nicht fertig doch ähm gute frage wie komme ich da rein jawohl also erstmal müsste ich eine Basis mitbekommen Towel ja jawohl jawohl sowohl sowohl ja jawohl ja ja jawohl jawohl tienemal 5 panzer gucken wir was ich schaffe damit anzurichten bei den Hakoninen warum nicht Wir nicht mehr können ja gleich wieder laden, was ich wahrscheinlich tun muss. Wenn das alles wieder so langsam geht, wo kein Rahmen ziehen zu können ist halt auf Dauer schon. Man merkt was das für ein Luxus ist. Ach nee, wenn ich den Angriff starte, greifen die mich auch an. Was soll denn das? Na hallo? Ich repariere das mal. Oh, scheiß Belagerungszimmer müssen. Es sind vielleicht noch mehr natürlich. Jawohl. Oh, wo bleibst du denn? Komm mal weg da. Na, ist hier gleich der nächste? Ich muss ne Basis von denen mal irgendwie. Ja toll. Das ist ja richtig weit gebelacht mit meinen fünf Panzern. Ja, natürlich kommt er jetzt noch. Wow, wie groß ist denn deren Basis? Sag mal. Okay, also mit fünf war das nie was. Ist deren Basis kleiner, ist halt jetzt die Frage. Also ok. Ja, das waren noch Zeiten. Schlimme Zeiten. Ganz schlimme. Uff. Ach, hier schon wieder. Nein. Die habe ich ganz vergessen. Deviator, natürlich hat er den Deviator dabei. Kommen die denn überhaupt hier auf einmal? Der wird abgesetzt. Wo werden die denn abgesetzt? Jawohl. Jawohl. Nein, stopp. Jawohl. 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 Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hm, natürlich so wie am Arsch das Ding. Jawohl. Wolltest du dich nicht irgendwie nach da bewegen? So bewege er sich nach da. Jawohl. So die Temperatur bräuchte ich im Prinzip auch, aber das kostet sich. Ich bin mir nicht sicher, ob dir das lohnt. Der Aufwand, den man da hat, immer in der Temperatur zu stoppen, ist glaube ich größer. Oh, da ist noch mehr Spice. Oh, mehr Spice. Jawohl. Alles gut. Jetzt wird alles gut. Nee. Hier wird gar nichts gut. Oh Gott. Sag mal, wie groß ist denn diese Hakon-Basis? Wow. Wow. Jetzt noch ein bisschen größer gemacht. Der nimmt noch nicht mal die halbe Karte ein. Alter. Okay, wir radieren glaube ich als erstes die Oros-Basis aus, weil ich gut der annehme, dass die nicht ganz so groß ist. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich bin da sehr optimistisch, ich weiß. Die feindliche Einheit nähert sich. Was? Und da laden wir wieder. Spiel laden. Ein anderes Haus wählen, ja. Das Verlangen habe ich plötzlich. Ich weiß auch nicht warum. Hur puts die Karte is an. Jawohl. 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 Ich geh doch mal das Spice auf jeden Fall aufdecken. Nein? Jawohl. Aus. Ach nein, einer meiner Sammler ist jetzt, äh, das ist ja auch richtig geil Gut, er sammelt aber noch eine Weile Und er wird vom Feind jetzt erstmal nicht angegriffen So, wer bleibt denn das bei dem? Das ist keine dauerhafte Sache, das weiß ich Hoffe ich, dass das bei der Sammlung irgendwie anders sich verhält Soll er mal wieder speichern, schießt die Kaidi irgendwie random die Rakete oder hat er da schon irgendwie ein Ziel? Geh mal zurück Das ist die Verstärkung, die ich bekomme Ach, mir egal Ist ja fast schon existent Oh Alter, diese Rakete ist ja völlig OP Okay, aber sie schlägt nicht immer wieder am gleichen Punkt ein Ähm, hallo? Hallo? Über Sammler, rück her Danke Jawohl Woher ich den denn schon bin? Also, jetzt sind sie hier drüben gelandet Woher wir müssen jetzt gleich wieder eine Rakete einschlagen, ich verliere wieder alles Okay, die kann, vor allem kann die auch alles killen Das ist nicht so, dass die irgendwie so Oh, der war gut, der Schuss Okay, nicht so ganz, aber Jawohl, jawohl Das ist ja alles richtig ekelhaft, was die Kaidi hier aufführen kann Aufwert Äh, rück her Einfach mal mehr Panzer bauen Einfach mehr Panzer bauen Und hoffen, dass ich irgendwie gewinne Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich gewinnen soll Und ich glaube, gegen die Rakete kann man sich nicht anders verteiligen Als Ja, bau doch mal Äh, lad doch einfach mal Weil Die halt vielleicht gar nichts trifft Vielleicht an der Basis Ja, die Luchtspuren Ja, die hört halt haargenau Okay, da wo die Die Orders haben eine sehr kleine Basis Ja, das ist klein Ja, das ist klein Ja, das ist klein In Firmstrichen Ja, die Akon haben ihre fette Basis direkt daneben Natürlich Ja, das ist kein Ornitopter Hätte ich mir die Raketentürme ersparen können Das waren 250er Stück Das sind 6 Stück Naja, hätte ich mir 2 Panzer verbauen können Könnte ich das nicht reparieren, oder war das? Ging das mit dem Laden an den Spielstands verloren? Jawohl Jawohl Weil die ist nicht so groß Wie dieses Konstrukt Ich sehe Die Raketentürme treffen ähnlich präzise Wie alles andere hier Nein, 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 nein Hörst du auf Was ist da denn explodiert? Achso, ich glaube, ich weiß genau, was da explodiert ist Die scheiß Raketen Die hier überall sind Wo kommst du denn her? Weiß ich, wo du herkommst, aber Bewege dich mal nach der Oze Ey, ey, ey Ich referiere das auch gleich mal so ein bisschen mit Und das referierst du auch mal mit Schnell Bevor wieder ein Unglück passiert Eins Wenn es nur ein Unglück wäre Wäre das toll Aber es sind ja eher so 10 Jawohl 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 So, wenn ich noch wüsste, wo der Das Problem ist, ich muss frontal rein, weil wenn ich von der Seite komme, bin ich bei den Ordos und Äh, Halkonnen und... Ach du Scheiß Jawohl Jawohl Hm, ob man diese Rakete dann auch nur Random hat oder ob das eben gezielt ist Steht da drüben noch, also der Sonic Tank steht da drüben noch rum, weil ich ihn in meiner Basis haben will, aus Gründen Aus sehr guten Gründen Ich bin mir nicht sicher, ob das hinhaut Es sei denn, ich kann noch irgendeine Einheit bauen Warte mal kurz Gibt's Siege Tank Ornithopter Freeman Kann ich Freeman bauen Ok, das ist immer der Deviator Ja toll Amore Leidings Ander Taugen ja die Bremen Hier was Ich weiß nicht Defend Saduka Wahrscheinlich nicht Oder sind die OP Einheiten schlechthin und ich baue sie halt einfach nicht und deswegen ist es auch so schwer die Mission Was gibt's hier schon für Explosionen Ach da ist die Explosion Deswegen explodiert es hier schon wieder Jawohl Jawohl In Ordnung Habe ich hab mir Sons einfach gespeichert Ich hab mir Sons einfach gespeichert Ich hab mir Sons einfach gespeichert Das ist halt nur wieder diese dumme Abfrage Ausfüllen Junge 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 Steht da schon da rum Jawohl Jawohl Was willst du denn machen? Muss die Autos auf jeden Fall mal wegbekommen Wenigstens eine Basis weg In Ordnung Jawohl Jetzt kann das ja alles nichts hier Reparieren Auch reparieren Und du so either Players 據 ests Besucher 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 Besucher